Schnell! Tötet sie! Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars auf Gomme. Ich spiel hier die Map Sturmwaffe und guck mal wie weit ich es schaffe. Ich spiel leider alleine, weil keiner mehr spielen möchte. Nein, Spaß beiseite. Ich habe einfach keinen gefragt, ob man mit mir spielen will, weil ich einfach gerade am Rumprobieren bin wegen dem neuen Aufnahmeprogramm. Es ist nichts Neues, nichts Besonderes. Es ist einfach Fraps, aber ich habe sonst immer Dxtory benutzt und das hat bei mir immer irgendwie voll die schlechte Performance gebracht und deswegen bin ich jetzt nochmal zurück umgestiegen auf Fraps, weil ich das eben so möchte. Okay, ja, dann droppt er. Das ist halt hierhin. Okay, wunderbar. So, los. Äh, ja. Bin ich Team Rot oder Team Blau? Ich glaube, ich bin Team Blau. Das heißt, es steht jetzt 3 gegen 2. Mensch, warum müssen die Leute immer leften? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, wer leftet, bekommt eine Sperre, oder? Ist das nicht so? Da gibt es doch irgendeine Regelung. Kann das sein? So, und wenn ihr jetzt sagt, Basti, bau dich so hoch und tralala und hopps, das bringt doch überhaupt nichts. Guck mal, da kann ich mich hinstellen. So, 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 so. Ich baue mich hier hoch. Wunderbar. Da kann der nämlich einen Scheiß dagegen machen. Dann baue ich mich rüber. So, Russian White ist einfach mal so schnell, wie es geht, auf die andere Seite. So, 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 so. Der kann nämlich noch keinen Bogen haben. Das ist alles gut. Ja, 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 hallo, ja, Mensch, mein Freund. So, das ist ja wunderbar. Ihr seid jetzt so überragend und witzig. Wisst ihr das eigentlich? So, gut, dann baue ich jetzt halt rüber. So, was macht? Ja, nee, ne? Da spiele ich jetzt nicht mit. So, komm, spring runter. Ich boxe dich weg. Ähm, so, so, so. Komm, na los. Hä? Was tut der? Wow! Ja, aber ich bin da gelandet. So, komm, schnell. Nein! Verdammt! Verdammt! Ich wäre schnell vorbei gewesen. Ah, wäre ich nur einen Ticken schneller gewesen. Mensch. Mensch, 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 Mensch. Okay, wir versuchen das weiter. So, äh, weil die sind ein bisschen, äh, doof, sage ich mal. Ich meine, gut, äh, die wollen so schnell wie möglich an ihr Gold kommen, aber, äh, so nicht. So nicht, meine Freunde. So, da ist, äh, einer von uns ist da und ich versuche es einfach ein bisschen anders zu regeln. So, äh, gut. So, der ist hier am Start immer noch. Äh, der andere ist da ganz oben. So, dann versuchen wir das einfach auf die Weise zu machen. Entweder der klatscht mich jetzt runter oder, ja, gut. Der Weg ist für mich frei. Und das ist alles, was ich wollte. So, wow! Alter, unser Bett ist abgebaut. Toll. So, wow. Wow, 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 wow. Bam! Was für ein Move von mir. Yo, 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 yo. Bam! Bett abgebaut, Bett abgebaut. Und hier alles zubauen. So. Woo! Alter, das war ein richtig geiler Move. Aber, jetzt ist das Problem, die kommen hier locker rein. Schnell! Tötet sie! Schneller! Mann! Alter, ihr müsst schnell kommen und die töten. Dann haben wir gewonnen. Fuck, 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 fuck! Ich bin so gut wie raus. Weil die nicht schnell genug kommen, Mann! Alter. Alter, nein! Ich komme hier nicht raus. Fuck, fuck. Ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot. Ey! 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 Oh Gott, der hat mich immer noch nicht entdeckt. Oh! Ja! Fuck, fuck, fuck. Er hat mich entdeckt, glaube ich. Er hat mich, glaube ich, gesehen. Alter! Alter! Er hat mich... Was machen die hier? Sind die unfähig? Oh Mann! Alter! Oh. Ich habe jetzt... Alter! Was ist denn das für... Oh Mann! Weißt du... Oh Gott! Oh Mann! Jetzt bin ich einfach gearscht. So. Da kommt jetzt mit einem Bohren, der andere. Verdammt. Können die da nicht weggehen? Alter, okay. Ich bin einfach so gut wie tot. Ey, ne. Nein. Schnell zu bauen. Er ist wieder gekommen. Huh! Alter, kann der nicht weggehen? Das ist voll das Hide and Seek hier. Okay. Einfach weg. Hi, Stevie. Ich kann dir jetzt nicht schreiben. Du musst einfach nicht... Mann! Ihr hättet einfach mitrushen sollen. Aber das hätte ich schreiben müssen. Gut. Alter! Alter! Was ist das? Der da ist jetzt endlich mal... Lol. Der geht da mit dem Wasserfall runter. Ey Gott. Okay. Die sind jetzt beide hier. In deren Base. So. Schnell. Schnicken. Schnick. Schnick. Ich schnicke. Ich schnicke. Oh Mann. Ich komme gleich. Was ist das für einer? Mit... Ich komme gleich. Eine Minute. Oh Mann. Ich habe nichts. Ich habe einfach nichts. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott. Das ist... Oh Mann. Volles Versteckspiel hier. Zum Glück finden die mich nicht, Mann. Ich kann aber auch nicht rauskommen. Alter. Es ist gerade übel krank, Mann. Könnt ihr nicht den jetzt angreifen, endlich? Ja, der eine geht schon mal rüber. Mit der andere auch? Oder was? Der andere ist schon mal drüben. Das ist schon mal toll. Okay. Geht der jetzt auch rüber? Der läuft da entlang. Ich brauche einfach nur eine Waffe. Ich brauche einfach nur eine verdammte Waffe. Der geht da hoch. Okay. Was macht der da oben? Der andere baut sich da hinten entlang. Okay. Das ist gut. Und der ist jetzt so weit oben. Alter. Ich muss jetzt schnell sein. Ich muss jetzt einfach nur schnell sein. So. Schnell, 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 schnell. Jetzt bin ich hier. Jetzt brauche ich ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche verdammt nochmal ein Schwert. So. Ein Schwert habe ich. Das ist toll. Okay. Was zu essen. Schnell was zu essen. Okay. Der hat ihn getötet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ist meine Stunde gekommen. Ich muss schnell essen. Essen, 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 essen. Gut. Bin voll. Wo ist der hin? Der ist da oben. Gut. Oh Mann ey. Ohne Witz. Ohne Witz. Der kommt mir genau richtig. So. Gut. Wir müssen irgendwie da hoch. Alter. Das war einfach nur geschickt gemacht. Oh Gott. Ey. Wo ist der andere? Wow. Wow. Nein. Oh Mann. Was ist das denn jetzt? Da. Er tötet ihn. Zum Glück. Ey. Ohne Witz. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der von oben runter kommt. Oh Mann. Es ist eigentlich eine Runde, wo ich nichts gemacht habe. Aber sie ist so spannend. Ich denke, die lade ich jetzt einfach mal hoch. Haut einfach rein. Bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Tschüss. Ciao. Ohne Witz.